Blitz und Donner melden sich heute zurück. Gewitter und Unwetter sind mit dabei. Teilweise auch wieder Starkregen, Sturmböen, Hagel und Sturzflutgefahr. Und diese Unwetterlage bleibt auch in den nächsten Tagen erhalten. Kommende Woche vielleicht sogar erhöhte Hochwassergefahr durch eine 5b Wetterlage. Das müssen wir noch ein bisschen im Detail abwarten. Und das Wochenende wird besonders im Süden Europa richtig heiß werden. In Spanien teilweise Temperaturen über 48 Grad und das wäre dann ein neuer Hitzerekord für Europa. Der liegt momentan bei genau 48,0 Grad und wir könnten diesen Rekord am Sonntag in Spanien toppen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net am heutigen Donnerstag. Ja, heute neue Blitze, neue Starkregenfälle. Es wird ein turbulenter Donnerstagnachmittag werden und auch die kommenden Tage, die bleiben sehr wechselhaft. Denn wir sitzen immer wieder zwischen den Luftmassen auf der einen Seite aus Osteuropa, sehr warme bis heiße Luftmassen. Auf der anderen Seite immer wieder kühlere Luftmassen aus Westen bzw. Nordwesten. Wir schauen uns die Wetterkarte an und man sieht wunderbar heute diese Wettergrenze einmal quer durch Europa. Der Osten Europas sehr warm bis heiß, teilweise auch in Österreich, im Osten Österreich Temperaturen von deutlich über 35 Grad. Aber hier aus Nordwesten, da strömt immer wieder kalte Luft dagegen. Beides trifft sich zeitweise über unseren Köpfen und deswegen müssen wir auch in den kommenden Tagen immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. Heute Morgen insgesamt nach Norden, teilweise freundlich. Dort lockern die Wolken auch mal ein bisschen auf, aber im Süden dichte Wolken, stellenweise etwas Regen. Und zum Mittag gibt es dann neue, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter im Westen und im Südwesten. Bis zum Abend geht es weiter auch in den Süden und Südosten. Zum Teil knallt es richtig ordentlich mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Besonders betroffen zum Abend der Bereich von Sachsen bis nach Bayern, teilweise Baden-Württemberg. Aber auch im Norden sind am Abend einzelne Schauer und Gewitter möglich. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter an eurem Ort wird in den kommenden Stunden, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Die Höchsttemperaturen heute, die pendeln um die 22 Grad im Südwesten, sonst so 23 bis 26 Grad. Im Norden teilweise auch 26 bis 27 Grad. Morgen früh dann so 15 bis 17 Grad. Nur im Südwesten könnte es vielleicht punktuell ein bisschen kühler werden mit 10, 11 oder 12 Grad. Und das Wetter morgen früh insgesamt im Süden. Viele Wolken, teilweise schon wieder Schauer und Gewitter. Im Nordosten zeitweise auch recht freundlich. Und Sonnenschein, gleiches gilt auch für den äußersten Westen. Hier lässt sich morgen früh ab und zu mal die Sonne blicken. Und der Freitagmittag bringt dann besonders hier im Osten und Südosten neue, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und teilweise eben auch Unwetter. Und diese Gewitterlage bleibt auch zum Freitagabend bestehen. Vom Nordosten teilweise in den Südosten immer wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Nach Westen und Südwesten dagegen, da scheint dann auch zeitweise mal etwas die Sonne. Die Temperaturen, die steigen am Freitag maximal auf 18 Grad in den Mittelgebirgen, sonst werden so 22 bis 25 Grad erreicht. Im westlichen Teil von Nordrhein-Westfalen auch mal Werte bis zu 26 Grad. Der Samstag, eine kleine Wetterpause nach Osten, zeitweise mal Sonnenschein, auch im Südosten freundlich. Und im Südwesten später wieder aus Westen neue Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen ein bisschen insgesamt an. 24 bis 26 Grad werden erreicht und noch wärmer wird es dann am Sonntag werden. Dazu am Sonntag erst viel Sonnenschein, später neue Schauer und Gewitter. Der Schwerpunkt vor allen Dingen dann hier am Nordosten des Landes zum Teil auch hier dann kräftige Schauer und Gewitter. Und die Temperaturen, die erreichen am Sonntag Werte um die 28, 29 Grad im Süden des Landes, sonst so 22 bis 26 Grad. Die tiefsten Werte gibt es hier Richtung Norddeutschland an der Nordseeküste, teilweise nur 17 bis 20 Grad. Wie beginnt die neue Arbeitswoche? Sie beginnt wahrscheinlich richtig heiß. Die Hitze aus Osteuropa macht wohl wieder einen Schwapper Richtung Ostdeutschland. Bis zu 33 Grad sind im Osten und im Südosten möglich. Sonst die Grenze nach Westen 22 bis 24 Grad. Wir haben also schon wieder diese Luftmassengrenze über Deutschland. Das heißt verstärkt Schauer und Gewitter einmal quer über Deutschland. Und auch da wieder ein recht großes Unwetterpotenzial. Hier die Regensummen, die uns bis zum kommenden Freitag erwarten, also bis morgen Abend. Und besonders nass wird es hier im süddeutschen Raum werden. Bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den nächsten Stunden möglich. Vor allen Dingen durch die heftigen Schauer und Gewitter. Da kann es punktuell wieder eng begrenzt zu Sturzfluten kommen und Überschwemmungsgefahr. Und wir gucken mal weiter. Die Regensummen bis zum nächsten Freitagabend, zum 16. Juli. Und wir sehen, die sind ein bisschen reduziert worden. Da hatten wir schon mal bis zu 200, 250, 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Da wurde ja die extreme 5B-Wetterlage berechnet mit heftigen Niederschlägen hier im gesamten Osten und Südosten. Das ist ein bisschen reduziert worden. Aber das ist weiterhin sehr brisant. Denn die Prognosen ändern sich ja alle sechs Stunden mit der neuesten Berechnung. Und gerade so eine 5B-Wetterlage ist schwer zu erfassen im Vorfeld. Das kann sich also alles noch mal verstärken oder aber auch noch weiter abschwächen. Da müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben und die nächsten Tage ganz genau beobachten. Ja, und heiß wird es dann im spanischen Raum. Vor allen Dingen am kommenden Sonntag im Süden Spaniens, aber auch teilweise hier im Süden Portugals Temperaturen über 40 Grad. Im Süden Spaniens bis zu 48, teilweise 49 Grad. Richtung Marokko sogar Temperaturen um die 50 Grad. Und nach Norden auch sehr warm in Spanien, sehr heiß, 38 bis 45 Grad. Und im Süden Frankreichs Temperaturen um die 37 Grad. Dieser kommende Sonntag könnte dann ein Hitzehöhepunkt sein. Der aktuellen Hitzewelle in Südspanien 48, 49 Grad. Vielleicht also ein neuer Europa-Hitzerekord. Das wissen wir spätestens am Sonntagabend beziehungsweise am Montagmorgen. Und ihr werdet es natürlich hier bei uns bei wetter.net als erstes erfahren. Die Wetterlage am Dienstag, am kommenden Dienstag, am 13. Juli. Und wir sehen schon wieder diese extremen Luftmassenunterschiede. Hier nach Osteuropa Temperaturen teilweise bis zu 20, 22 Grad in 1500 Metern Höhe. Hier drückt die Warmluft rein. Auf der anderen Seite im Westen Deutschlands gerade mal 5, 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Und mittendrin die Luftmassengrenze. Und da gibt es weiterhin auch nächste Woche immer wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Zum Schluss wie immer der Blick auf die Ensemble-Vorhersage. Zunächst für den Osten bis zum 23. Juli. Eine Hitzewelle ist nicht in Sicht. Temperaturen um die 20 bis 25 Grad. Und dazu immer wieder Starkregensignale. Es wird also teilweise richtig nass werden bei Schauern und Gewittern. Im Süden relativ ähnlich. Temperaturen anfangs um oder unter 20 Grad. Danach leichter Anstieg auf 20 bis 25 Grad. Und dieses Niveau wird ungefähr gehalten bis zum 23. Juli. Also auch hier keine Hitzewelle in Sicht. Und die Niederschläge immer wieder heftige Niederschlagsignale. Da kann es also auch im Süden des Landes richtig nass werden. Zeitweise zumindest. Ähnlich auch im Westen des Landes bis 23. Juli. Keine große Hitzewelle in Sicht. Temperaturen 20 bis 25 Grad. Aber immer wieder zum Teil kräftige Niederschlagsignale. Und zum Schluss noch der Blick nach Norddeutschland. Auch hier relativ konstant die Temperaturen um die 20 bis 25 Grad. Wohlfühltemperaturen. Keine unangenehme extreme Hitze. Aber auch im Norden gilt, es sind zum Teil immer wieder recht heftige Niederschlagsignale mit dabei. Halten wir also fest. Eine extreme Hitzewelle ist bis weit in den Juli hinein nicht in Sicht. Es bleibt bei moderaten Temperaturen immer so meist um die 25 Grad. Vereinzelt auch mal im Osten bis zu 30 Grad oder leicht darüber, wenn die Hitze mal kurz zu uns reinschwappt. Aber das große Problem bleiben die vielen Gewitter, die vielen Unwetter. Und nächste Woche vielleicht auch diese 5b-Wetterlage. Also dieser Unwettersommer, er geht erst mal in den nächsten Tagen. Und vielleicht auch in den nächsten Wochen weiter. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag. Vielen Dank. Vielen Dank.